Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ja, ganz recht. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ganz genau. Ich bin kein Fanatiker. Nenn du mich nicht nochmal eine Superherde. Das ist nicht fair. Ganz genau. Ich bin keine Superherde. Na gut, fahr fort. Und was ist, wenn in manchen Fällen Gnade gerecht ist? Was dann? Ach so, was ist? Ich sage keine Gnade, nur Gerechtigkeit. Euer Klient wird nach unserem Gesetz und Tradition verurteilt. Nein! Ich bin ein Bürger der Republik! Nein, ich bin unschuldig! Boah ey, what the fuck? Nein, jetzt werden wir schon wieder hier hingerichtet. Könnt ihr mal aufhören, uns hinzurichten? Ich habe schon gleich gesagt, satt hingerichtet zu werden. Dann wird es noch einmal hingerichtet werden. Dann aber. Blablabla, blablabla, muss ich aber gar nichts tun. Blablabla, blablabla. Jetzt verteige ich mich aber wirklich. Ich verteige mich selbst, wenn es geht. Ich kann mich selbst verteidigen. Wie lautet meine Anklage? Die Sith sind an Armen schuld. Ich kann mich selbst verteidigen. Wie wollt ihr mich denn frei bekommen? Ich bin eingebrochen. Und das ist das und das. Ich werde mich selbst verteidigen. Nein, ich werde mich selbst verteidigen. Worauf plädiere ich? Ich bettele nicht. Ich fordere es. Nee, ich sag nicht schuldig. Das ist hiermit eröffnet. Blablabla, das kennen wir ja schon. Warum wart ihr in der Botschaft der Sith? Die Sith haben mich hineingelockt. Aber wirklich, das war so. Das war eine Falle. Es könnte stimmen. Ganz genau. Welchen Köder haben sie benutzt? Sie wollten mich auf die dunkle Seite locken. Sie wollten mich auf die dunkle Seite locken. Sie wollten mich auf die dunkle Seite locken. Die Sith würden sowas tun. Ganz genau. Die haben mich auch angerufen. Die haben angefangen. Das stimmt wirklich. Ich auch. Ich bin auch geneigt mir zu glauben. Schön langsam habe ich mich selbst überzeugt. Aha. Die Beratschlagen jetzt über meine Geschichte. Guck, da gehen wir mal ohne Schlicht da rein und schon wird man hier nicht mehr gleich zum Tode verurteilt. Yeah. Auf einmal haben sie nicht mehr geniebt Beweise. So, so. Ich werde also nicht... Boah. Das ist ja gut gelaufen. Ich werde nicht nur freigesprochen, sondern die Sith verlieren auch noch ihre kompletten Privilegien hier, oder wie? Wie ist denn das passiert? Die Republik respektiert den Frieden in Aethos City, euer Ehren. Aber die Sith sind ein gewalttätiges Volk. Drei meiner Soldaten liegen auf der Krankenstation. Wären eure Soldaten nicht so unfähig, wären sie jetzt nicht verwundet. Soll ich meine Soldaten etwa bestrafen, weil sie einen fairen Kampf für sich entschieden haben? Sechs gegen drei haltet ihr für einen fairen Kampf? Die Sith sind Feiglinge, die nur angreifen, wenn sie in der Überzahl sind. Sie wurden provoziert, euer Ehren. Die Sith haben diesen Kampf herausgefordert. Die Sith haben diese Vierer, dass sie alle Das war's für heute. Das ist die Ausdruck. Ich bin nicht in der Nähe von den Film. Ich bin nicht in der Nähe von den Film. auf zwischen uns. Hätten die dann mit ihren Passigheitsrobotern was dagegen anzutun? Also ich meine, oder ist vielleicht die Produktion oder das Abgraben des Rohstoffes problematisch? Wer weiß. Manan's Neutralität ist doch nur eine Ausrede, um nicht kämpfen zu müssen. Jawohl! Was? Manan sollte die Sith besser behandeln. Der Tag der Vergeltung ist nah. Die Selkath haben Taris offensichtlich bereits vergessen. Vielleicht sollten wir sie daran erinnern. Würdest du das vielleicht noch mal ein bisschen lauter in Richtung Richter sagen? Du wirst schon die Obrusche verwendet. Deine Rangflöfer hinfügt mir das Klamm-Todustern im Stil der Kastrichton des Solatani-Rust uns im Land der Klamm-Tor 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 in der Walking der Klamm-Tor we da haben wir die Obrusche verwendet. Einfach! Desto und Kumpfidus repotestinus. Sessilus. Ja, du kannst uns gehen. Du hast ein Problem mit. Dem zu bedenken kann du dich dann. Den hast du. Desto. Na gut, ich würde gern den Mordfall vielleicht im Hotel übernehmen. Moment, ich bin angeklärt wegen dem Mordfall? Achso, nee, ich bin schlichter in dem Fall. Okay. Wir werden diese Angelegenheit nach bestem Wissen untersuchen. Das war einfach unerwartet. Achso, Mann. Achso, Mann. Achso, Mann. Saffirot. Zafaroth. Hat er gesagt. Ich hab's genau gehört. Okay. Ich prüfe grundsätzlich immer alles. Okay. Danke schön für das viele Glück. Viel Glück und viel Segen. Ähm. Hier waren wir noch nie. Oh Gott. Wie kommen wir denn jetzt jemals irgendwie entweder... Moment, wer ist denn Elora? Man sagte mir, dass ihr ein Freund von Yuli Bindo seid. Und dass Yuli zurückgekehrt ist. Bitte, ich muss mit ihm reden. Es ist sehr dringend. Äh. Wer seid ihr denn? Ich bin Elora. Mein Mann Sunri und Yuli sind alte Freunde. Sunri braucht dringend Yulis Hilfe. Ach, so ein Zufall. Ich bin, glaube ich, der Schlichter in dem Fall Sunri. Ich werde auf jeden Fall Yuli sofort davon unterrichten. Ach so, vielleicht kann ich eurem Gemahl helfen. Jemand will meinen Mann vernichten. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann. Ich kenne euch nicht. Aber Yuli. Er war Sunri immer ein treuer Freund. Bitte bringt Yuli hierher, damit ich mit ihm über meinen Mann sprechen kann. Sunris Leben steht auf dem Spiel. Jemand will deinen Mann vernichten. Ein bisschen sehr dramatisch ausgedrückt, aber gut. Gefängnis? Ach so. Darf ich bitte mit reingehen? Ich darf nicht mit meinem Schützling sprechen vor der Verhandlung. Das ist ja mal super. Vielleicht damit ich nicht, damit ich nicht beeinflusst werde. Ah. Wessen, wen, wen, wessen Namen hat sie gleich nochmal genannt? Wen soll ich herbringen? Ich rede einfach mal mit allen, die einen Namen haben. Ich laufe noch schnell die Runde, nur damit die Minimap aufgedeckt wird. Damit wir dann... Und, sind wir im Geschäft? Das ist eine Menge Geld. Gibt es da etwas, das ihr mir nicht sagt? Ja, es gibt da etwas. Die Republik ist großzügig. Wir bezahlen unsere Söldner sehr gut. Das klingt sinnvoll. Gut. Ich bin dabei. Wann geht es los? Komm einfach morgen zur republikanischen Botschaft und rede mit dem Botschafter. Er hat bestimmt einen kleinen Auftrag für dich. Um was ging es denn da gerade? Was ist denn? Ich bin jetzt ziemlich beschäftigt. Ich muss möglichst viele Söldner rekrutieren, bevor sie sich den Sith anschließen. Warum heuerst du den Söldner an? Falls du es noch nicht weißt. Wir sind im Krieg. Wenn wir die Söldner nicht rekrutieren, tun es die Sith. Und jetzt entschuldige mich. Ich habe zu tun. Ich habe immer Zeit für meine Fischfreunde. Ich habe immer Zeit für meine Fischfreunde. Ich habe immer Zeit für die Sith. Und dann ist es auch die Kanzität. Dann ist es der Urnus. Ähm. Ja, sehr, sehr schöne Strategie hier haben. Ich kann sie dem Urnus ansehen. Ähm. Ähm. W-なんか, was? Ich bin der Wunsch der Wunsch der Welt. Welche Information benötigt ihr denn? Ich bin es nicht gewohnt, die Republik auszuspionieren, aber wenn wir den Selkav damit beweisen können, dass diese Aktionen keine Gefahr darstellen, sollten wir es versuchen. Und was ist, wenn die Republik es böse meint, Karp? Werdet ihr es ihnen sagen? Wenn die Republik den Selkav schaden wollte, dann wüsste ich gerne, ob die Selkav eine solche Aktion nicht provoziert haben. Wie überaus edel von euch. Gut, ich kümmere mich drum. Ich bin es nicht so gut, wie ich es nicht so gut machen will. Und dann wird die Karpel dann. Ich bin es nicht so gut, wie ich es nicht so gut machen will. Ich bin es nicht so gut, wie ich es nicht so gut machen will. Okay. Schauen wir mal, ob die Republik da Übles plant. Der sieht ja, was ist denn das für ein iridioranischer Söldner. Interessant, interessant. Ein betrunkener Sith, auch interessant. Hey Mann, verschwindet! Ihr lenkt die Ladies noch von mir ab. Ich glaube, dass ein Grundsprecher sollte eher sagen, Hey Mann, verschwindet! Ihr lenkt die Ladies noch von mir ab. Hey Mann, verschwindet! Ich nehme momentan keine Aufträge an. Vielleicht könntet ihr ja den Mandalorianer oder den Echani fragen, obwohl die für bestimmte Aufträge wohl einfach nicht die Nerven haben. Ein Söldner, den man nicht mit Geld kaufen kann? Das ist aber seltsam. Warum kümmert euch das? Es gibt andere Söldner, die ihr anheuern könnt. Doch ihr solltet rasch zuschlagen. Die Republik scheint verzweifelt alle Söldner anzuheuern, derer sie habhaft werden kann. Doch offenbar sind sie noch nicht verzweifelt genug, um mich um Hilfe zu bitten. Sie bevorzugen die weinerlichen, leicht manipulierbaren Typen, wie die Mandalorianer und die Echani. Die Stimme, von dem ist bekannt. Ich kann die gerade nicht genau zuordnen, auch wegen dem Filtereffekt, aber die kenne ich. Was habt ihr denn gegen die Echani und die Mandalorianer? Es fehlt ihnen an der Entschlossenheit zu tun, was getan werden muss. Die Echani glauben an einen nicht existenten Krieger-Ehrenkodex. Und den Mandalorianern sind Credits wichtiger als das Blutvergießen. Doch ich bin ein Iridorianer. Ehre erlangt man, indem man seinen Feind tötet. Der wahre Lohn eines erfolgreichen Auftrags ist es, wenn man das Blut seines Feindes auf der Zunge schmeckt. Und warum hast du da einen Helm auf? Das macht es unnötig schwer, das Blut des Feindes zu tränken, finde ich. Aber ich hab vielleicht noch eine andere Frage. Fragt nur, ob wohl euch vielleicht manche meiner Antworten nicht gefallen werden. Ich such nach einer Sternkarte in den alten Ruinen oder nach alten Ruinen, die von Aliens erbaut wurden. Weißt du da was? Auf Manaan gibt es so etwas nicht. Außer die Silcath haben es am Grund des Ozeans verborgen. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Ja, warum hört die Republik so viele Söldner an? Vielleicht hättet ihr sie fragen sollen. Die Republik zieht es vor, nichts mit Leuten wie mir zu tun zu haben. Doch vielleicht brauchen sie ja einen Iridorianer, um die Sache zu Ende zu bringen. Die Söldner, die sie angeheuert haben, sind wohl gescheitert. Auf jeden Fall habe ich nichts mehr von ihnen gehört. Das ist alles, was ich weiß. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Wisst ihr was über den Mord an Elasa? Auf meiner Welt sind jene, die zu schwach sind, um sich zu verteidigen, dem Tod geweiht. Ein Mord ist gerechtfertigt, wenn man stark genug ist, sein Opfer zu eliminieren. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Das war nicht mal ansatzweise eine Antwort auf meine Frage. Und ich bin nicht mal ansatzweise ein Freund deiner Kultur. Naja, tschööö. Ich bin nicht überrascht. Es gibt nur wenige Wesen auf dieser Wasserwelt, die sich in meiner Gegenwart wohlfühlen. Also ich habe überhaupt nichts gegen dich persönlich, aber ich habe alle Dialogoptionen aufgebraucht. Wenn du mich anheuern willst, ich bin nicht interessiert. Ich habe jetzt schon zu viele Angebote. Frag doch den eritorianischen Bastard an der Bar oder den Echani da drüben in der Ecke. Ähm, hast du irgendwie einen Stimmmodulator verschluckt oder so? Irgendwer stimmt da nicht mit dir. Ich hätte mal ein paar Fragen. Normalerweise handle ich mit Informationen, aber ich habe heute einen guten Tag. Also schieß los, stell deine Fragen. Vielleicht ist er auch ein echter Hightech-Druide. Erzähl mir was über den Mord von Elasa, weißt du da was? Nicht viel. Anscheinend hat sie einen Held der Republik umgelegt. Hör dich doch mal in der Botschaft um. Aha, weißt du was über alte Ruinen oder eine Sternkarte? Wenn es hier jemals Ruinen gab, sind sie längst im Ozean versunken. Mhm. Hast du die Republik nicht, weil sie dein Volk besiegt hat? Ich bin Realist. Es war ein Krieg. Sicher, die Republik hat mein Volk vernichtet. Aber die Armada wurde von Malak und Revan befehligt. Also hasse ich auch die Sith. In diesem Krieg kann ich mich wunderbar an beiden Seiten rächen. Und werde dafür sogar bezahlt. Wir Mandalorianer denken einfach praktisch. Was man von diesen blutrünstigen Eridorianern und den Feigen Echani nicht behaupten kann. Hast du sonst noch Fragen? Warum redest du so komisch? Und was hast du gegen die Echani und die E-I-Iridorianer? Nichts. Abgesehen davon, dass die Waffen der Echani sogar für einen Mandalorianer zu klein wären. Diese Bastarde ziehen ohne Rüstung in die Schlacht, damit sie schneller fliehen können. Aber die Echani sind immer noch besser als die Eridorianer. Diese blutrünstigen Wäden hacken noch auf dir herum, wenn du längst tot am Boden liegst. Ich habe sogar gehört, dass sie sich im Blutrausch gegenseitig umbringen. Würdest du mit diesen Verrückten arbeiten? Da arbeite ich lieber alleine. Jobs gibt's ja mehr als genug, seit die Republik wie verrückt Söldner rekrutiert. Und warum macht die Republik das? Hallo? Das sagen sie nicht. Aber der Söld ist okay. Allerdings ist bis jetzt noch keiner zurückgekommen. Der Job ist wohl nicht ungefährlich. Aha. Tschö. Ja? Und? Was geht mich das an? Wenn du gehen willst, dann geh einfach. Achso. Ja, ja, mach ich doch. Was? Nein. Ich habe überhaupt nichts. Ich wurde freigesprochen von allen Gerichten dieser Welt. Ähm. Auf wessen Seite ich stehe, geht dich gar nichts an. Auf wessen Seite ich stehe, geht dich gar nichts an. Wovon, wovon sprichst du? Böse sind Porsch. Na gut, ich, 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 ich möchte, dass ich untersuche. Äh, ihr möchtet, dass ich untersuche. Genau. Das, das will ich auch. Ich werde das untersuchen, was mit dem verschwundenen Kindern lose ist und sowas. Und was die Schwestern mit zu tun haben. Das ist halt meine einzige Hoffnung. Das absichtlichen Star Wars Zitat. Das hat meine einzige Hoffnung. Oder meine letzte? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Äh, ich habe dir gerade nicht zugehört, aber ich werde auf jeden Fall dieses mysteriöse verschwinden aufhören. Ich habe dir gerade nicht zugehört, sondern zugehört, sondern zugehört, sondern zugehört. Okay. Ich finde 500 Credits übrigens gar nicht so wenig. Aber gut. Und ich habe noch nie einen Auftrag mit Vorauszahlung abgelehnt. Sehr gut. Meldet euch morgen in der Botschaft der Sith zum Dienst. Feuert ihr Leute im Namen der Republik oder der Sith an? Weder noch. Warum vergeudet ihr dann meine Zeit? Ihr lässt sich gutes Geld verdienen. Und ich kann es mir nicht leisten, ein Jobangebot zu versäumen, nur weil ich mit euch quatsche. Und du? Ich unterhalte mich nicht mit Freunden der Republik. Habt ihr verstanden? Ich verstehe grundsätzlich nichts. Ihr seid neu hier, was? Ich heiße Duane. Habt ihr Lust, einem Sith-Mädel einen Drink zu kaufen? Natürlich nur, will ihr nicht einer dieser weinerlichen republikanischen Soldaten sein. Ich suche nach alten Ruinen. Vielleicht auch nach einer längst vergessenen Sternkarte. Weiß das alte Sith-Mädel hier was da drüber? Gehört ihr zu den Geschichtsforschern oder was? Ihr solltet in die Zukunft blicken und euch nicht mit der Vergangenheit befassen. Deswegen habe ich mich ja auch den Sith angeschlossen. Die Republik ist Geschichte. Und dann lande ich hier auf Manan, dem schlimmsten Planeten der Galaxie. Es ist hier nicht gerade einfach, wisst ihr? Die ganzen Soldaten der Republik treiben sich da herum. Wir müssen herumsitzen und können nichts tun. Malak sollte eine Flotte schicken und den ganzen Sektor erobern. Kolto oder kein Kolto? Doch darüber möchte ich momentan nicht sprechen. Ich bin eigentlich nur hier, um mir ein paar Drinks zu genehmigen und mich ein wenig zu entspannen, wisst ihr? Ich wünschte, der Synchronsprecher hätte auf dem Zettel, auf dem sein Text steht, auch die Nachricht bekommen, dass der Charakter betrunken sein soll. Das wäre viel lustiger gewesen, wenn da der Name vom Charakter steht und der Klammer dahinter betrunken. Und dann der Text. Und dann hätte der Synchronsprecher den Betrunken sprechen können und dann würde es auch zu der seltsamen Animation passen. Aber so ist es echt weird. Ich meine, so ist es unfreiwillig komisch. Aber anders, vielleicht hätten sich die Synchronsprecher da richtig austoben können. Ich untersuche den Mord an Elessa. Was gibt es da zu untersuchen? Sunri ist ganz offensichtlich schuldig. Doch die Republik tut alles, was in ihrer Macht steht, damit er nicht in einem Gefängnis der Selkath endet. Doch darüber möchte ich momentan nicht sprechen. Ich bin eigentlich nur hier, um mir ein paar Drinks zu genehmigen und mich ein wenig zu entspannen, wisst ihr? Ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass der zum Tore verurteilt. Meiner Erfahrung nach wird mir wegen jedem Pfurz zum Tore verurteilt hier auf dem Planeten. Ich habe gehört, dass die Sithern jungen Selkath interessiert sind. Wir Sith interessieren uns für die verschiedensten Dinge. Ihr werdet gut beraten, eure Nase nicht in unsere Angelegenheiten zu stecken. Doch darüber möchte ich momentan nicht sprechen. Ich bin eigentlich nur hier, um mir ein paar Drinks zu genehmigen und mich ein wenig zu entspannen, wisst ihr? Wisst ihr? Ich gehe jetzt. Oh, ich verstehe. Ich werde ein wenig gelöst und jetzt nehmt ihr mir das Übel. Kommt schon, was ist denn los? Habt ihr Angst, ich trinke euch unter den Tisch? Hey, wenn ihr nicht manns genug seid, mit einer Frau mitzuhalten, für was seid ihr dann überhaupt gut? Offenbar bin ich für den Geschmack mancher Männer nicht damenhaft genug. Nun, ich mag ja eine Frau sein, doch ich bin auch Soldat. Barkeeper, noch eine Runde. Ähm, ja. Ich glaube, das Problem ist eher deine Uniform und nicht dein Geschlecht. Servus. Ich bin das von Töne und Schöne. Und am Vatikan geht es dir. Und das Gerät muss der Fall. Schauen wir mal, was hast du denn auf Lager? Was kann ich nicht geben? Ganz viel Stimulantien in dieser Bar. Naja, reden wir nochmal mit dem Reine. Hey Mann, verschwindet! Ihr lenkt die Ladies noch von mir ab. In dieser ganzen Bar, ich enttäusche euch nur ungern, gibt es genau zwei Ladies. Und die sind Siths. Die da drüben, die sieht auch... Vielleicht könntet ihr beide... Ihr würdet es gerade gut... Morgen bereut ihr es vielleicht. Aber heute... Heute ist heute... Wer ist denn Gontoyaz? Den habe ich irgendwie übersehen, oder? Ich hoffe, ihr seid hier, um Passag zu spielen. Ich komme ja nicht hierher, um angeregte Gespräche zu führen. Ja gut, dann spielen wir mal. Dann legt mal die Credits auf den Tisch. Wir spielen ja hier nicht aus Spaß an der Freude. Nein, wir spielen aus Freude am Spaß. So, ich habe doch neue Karten gekauft. Jetzt kann ich nämlich mal die drei rausnehmen. Und stattdessen eine Plus-Minus-Zwei mit ins Deck aufnehmen. Hatte ich nämlich noch gar keine. Okay, los geht's. Warum sollte man Plus- oder Minus-Karten benutzen, wenn man Plus-Minus-Karten haben kann? Ja, außer man hat nicht genug Plus-Minus-Karten. Das ist natürlich wahr. Oh, oh. Mit Passag kann man theoretisch schon echt viel Geld verdienen. Oh, 17. Ei, ich gehe weiter. Weil ich kann gerade eh nicht auf 20 kommen. Okay, dann mache ich jetzt 20 draus. Na komm, mach 20 draus. Oh, Cheater. So viel Glück, ey. Ich hasse den Arsch. Kommt ohne eine Karte zu benutzen auf 20. Also wirklich. Eine Unverschämtheit. Oh Mann, er hat jetzt echt in der Runde kein Glück. Oh Mann, guckt euch den Scheiß an. Ich habe nur noch eine Karte. Der hat noch drei. Und es steht unentschieden. Der wird mich am Schluss ganz schön abziehen, befürchte ich. Oh nein. Na gut, die Runde geht an ihn. Und er hat wieder keine Karte verbraucht dafür. Weil ich einfach so übers Ziel hinausgeschossen bin, dass mir die Eins auch nicht mehr geholfen hat. Oh, 15. Dann nehme ich noch eine. Oh, come on. Hey, der, der cheater doch. Das gibt es nicht, dass der so oft genau auf 20 kommt, ohne Karten zu benutzen. Ich glaube, der ist ein Betrüger. Oh, jetzt habe ich 20. Ah, okay. Die Runde geht wohl an mich. Ja, für mich ist es jetzt nur noch ein Glücksspiel. Aber er kann eben durchaus noch auf ein paar Mal manipulieren. Das sieht nicht gut für mich aus. Kommt noch eine 10. Raus damit. Komm, ne 6. Her damit. Ah, und schon ist es vorbei. Hey, hört jetzt bloß nicht auf zu spielen. Selbst Verlierer wie ihr haben irgendwann mal Glück. Vielleicht habt ihr ja beim nächsten Blatt die Chance zu zeigen, was ihr könnt. Obwohl ich daran zweifle. Wollt ihr noch mal spielen? Was für das nicht gerade schmackhaft. Aber natürlich spielen wir noch mal. Weil ich will ihn besiegen. Einmal wenigstens. Nur einmal. Das ist mein größter Traum. Ich habe nur 4 und 3. Okay. Von mir aus schauen wir mal. Na nun. Das war eine seltsame Strategie von ihm gerade. Jetzt hätte ich gerne minus 2. So würde ich sagen, schenke ich ihm die Runde jetzt mal. Und spare mir meine Karten. Aber das war jetzt ein Einzelfall. Ab jetzt wird es ernst. Ah, come on. Na super. Okay, aber jetzt. Jetzt mache ich ernst. Ich muss jetzt wirklich ernst machen. Er hat schon wieder 2 Runden gewonnen. So ein Arsch. Oh, ich habe aber auch echt kein Glück, ey. Ja, natürlich. Mein Gott. Eine Runde noch. Aber jetzt bist du fällig. Also echt. So ein Arsch. 6, 1, 2, 3. Na eigentlich ein gutes Spektrum an Karten. Da kann man ja theoretisch viel machen. So wie jetzt zum Beispiel gleich mal auf 20 gehen. Aha. Im Endeffekt ist das Blackjack leicht, leicht abgeändertes Blackjack. Blackjack, das nicht nur Glück ist. Das man leicht manipulieren kann. Also mit leicht meine ich nicht, dass es einfach ist, sondern dass es minimal möglich ist. Was mache ich denn jetzt? Ich spiele die Minus 6. Aha. Und jetzt spiele ich die Minus 2. Nenn die Plus 2. Ja, gewonnen. So, und jetzt hat er noch 3 Karten und ich muss mich auch auf mein Glück verlassen. Der spielt so defensiv. Das ist sein Geheimnis wahrscheinlich. Und schon hat er gewonnen. Ich will einmal jetzt gewinnen, verdammt. Das gibt es ja wohl nicht. Was ist mit dem los? Oh Mann. Okay. Ah, unentschieden. Na gut. Ich konnte ihm eine Karte abblocken, quasi. Abluxen. Durch den Unentschieden. Aha. Das ist sehr gut. Glück gehabt. Gut. Unentschieden. Jetzt sieht es gleich gar nicht mehr so schlecht für mich aus. Okay. Muss ich halten. Ha. Unentschieden. Dabei hat er noch eine Karte. Muss eine sehr hohe sein. Oder eine 1. Ah, Mist. Ah, Shit. Na komm. Nehme ich noch eine. Ah. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Meine schönen Credits. Ich werde immer eine ganze Creditabilität. Oder so. Credibility. Hey, das ist mal 2. Ich wollte schon immer 2 Zehner ziehen. Endlich habe ich es geschafft. Mein Traum wird wahr. Cool. Jetzt habe ich in Parsec alles erreicht, was man erreichen kann. 14. Ah, ich hätte meine 6 spielen sollen. Wann spielt man schon mal die 6 sonst? Na, dann spiele ich halt die 1. Okay, machen wir. Ich habe gesagt, das machen wir. Okay. Jetzt mache ich nochmal 20. Sehr gut. Oh. Sieht aber nicht mehr so gut aus für unseren Gegner. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja. Und schon ist es passiert. Ein kostenloser Sieg für ihn. Vielleicht hätte ich doch die 6 benutzen sollen, aber... Ach, so eine 6 ist irgendwie gar nicht so toll. Wann braucht man die schon mal? Irgendwie nie. Also, ich halte jetzt. Okay. Meine Güte. Was für Kämpfe sind das mit dem... Ja, ich muss die 17 jetzt halten. Wobei, mit der 6, mit einem Minus 6 könnte ich mich rausreiten. Okay. Okay, 18 muss ich halten. Das ist jetzt. Hilft jetzt nichts. Unentschieden. Und jetzt hat er noch 2 Karten. Ich habe keine mehr. Ich habe nur noch mein Glück. Und mein gutes Aussehen. Hey, cool. Das ist eine Unverschämtheit. Wie kann der so viel Glück haben? Das gibt es nicht mehr. Übermenschliches Glück, ey. Das ist nicht mehr... Natürlich schieße ich gleich übers Ziel drüber. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Wenn er jetzt gewinnt. Schiebogen. Schiebogen. Das kann doch nicht sein. Jetzt mal ohne Witz. Das kann doch nicht sein. Ich glaube wirklich, der betrügt. Ich mache jetzt noch ein Spiel. Aber dann werde ich ihm zur... Dann werde ich ihn zur... Zur Rede stellen. Weil das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Der hat einfach nur unverschämtes Glück. Vielleicht muss ich einfach viel offensiver spielen. Wenn er so defensiv spielt. Ach, aber jetzt ist er natürlich... Wenn er gleich mal mit einer 20 daherkommt. Nö, ich habe nichts zu verlieren. Perfekt. Warum muss ich eigentlich immer die erste nehmen? Ich finde, der, der die erste nimmt, ist immer im Nachteil. Weil ich dadurch schneller hochkomme. Dann muss ich immer schauen, quasi... Also, ne, dann kann es nämlich sein, dass ich schon übers Ziel drüber schieße, während er noch irgendwo ganz unten ist. Und dann hat er automatisch gewonnen. Und ich hätte jetzt echt die 19 behalten sollen, ich Idiot. Dann wäre es jetzt unentschieden. So habe ich jetzt schon verloren, im Grunde. Meine Güte. Der cheatet doch. Garantiert, dass der cheatet. Das gibt's nicht. Natürlich. Du Arsch. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Ich bevorzuge es ja, mir meine Credits beim Spiel zu verdienen. Aber ich will doch keine Gelegenheit verpassen. Vielleicht bringt uns das ja beiden etwas. Vielleicht. Ich kann ihn nicht des Betrugs beschuldigen, leider. Wisst ihr, warum die Republik in letzter Zeit so viele Söldner anheuert? Hey, da hätte ich eine Idee. Warum fragt ihr nicht die Söldner selbst? Oder noch besser, geht doch zur Botschaft und fragt die Republik. Habt ihr jetzt genug von meiner Zeit vergeudet? Oder habt ihr noch mehr Fragen? Was haltet ihr denn von den Sith? Sie belästigen mich nicht und ich belästige sie nicht. Funktioniert ausgezeichnet. Habt ihr jetzt genug von meiner Zeit vergeudet? Oder habt ihr noch mehr Fragen? Die werden dich sehr bald sehr belästigen, wenn man nichts dagegen tut. Was hältst du von der Republik? Sie belästigen mich nicht. Habt ihr ja... Und, ähm, warum sind die Sith so sehr an jungen Skelkath interessiert? Sie belästigen mich nicht. Ach, verklickt. Ah, darüber weiß ich vielleicht sogar etwas. Aha. Auch wenn ich euch das sage, gefährde ich vielleicht sogar mein Leben. Also, ist das nicht gerade billig? Also, passt mal auf. Ich kann euch einen wichtigen Tipp geben, was die Sith planen. Aber, das kostet euch 200 Credits. Ich hab dir schon so viel 200 Credits gegeben, ey. Aber echt, ich hab ihm jetzt... Der betrügt beim Spielen garantiert. Der hat mir schon 600 abgeluchst. Ich mach es noch einmal. Noch ein letztes Mal. Wir sind doch alte Freunde. Ihr zeigt mir doch, was ihr wisst. Ihr wollt mir sagen, was ihr wisst. Ja, das ist wohl so. Ich will euch alles sagen, was ich weiß. Ich weiß nicht, was die Sith wirklich vorhaben. Aber ich weiß, wer es euch sagen könnte. Der Iridorianische Söldner. Er verbringt den ganzen Tag in der Söldnerzentrale und jeder geht ihm möglichst weiträumig aus dem Weg. Die Sith haben ihn eine Zeit lang wirklich umworben. Sprecht mal mit ihm darüber. Doch seid vorsichtig. Diese Iridorianer haben nicht umsonst einen schlechten Ruf. Mit dem haben wir doch schon geredet, wenn das der Richtige ist. Ja, das ist aber gut, dass ich kein Geld dafür bezahlt habe. Der gibt mir einen Tipp, wo ich einen Tipp kriege. Ja, dann danke für den Tipp. Das ist alles, was ich weiß. Wenn ihr mehr über die Sith und ihre Intrigen wissen wollt, sprecht doch mit dem Iridorianer. Habt ihr jetzt genug von meiner Zeit vergeudet? Ja. Also dann, verschwindet endlich. Arsch. Dunkler Seite Punkt. Ich kann ja nichts dafür. Ich nehme momentan keine Aufträge an. Kennen wir schon, kennen die schon. Ich habe ein paar Fragen. Fragt nur. Habt ihr etwas von jungen Selkath gehört, die verschwunden sind? Vielleicht. Doch meine Geschäfte mit den Selkath gehen nur mich etwas an. Aber ich bin doch euer Freund. Ihr wollt mir sicher etwas über diese verschwundene Selkath erzählen. Ein Iridorianer hat keine Freunde. Doch mit euch fühle ich mich auf seltsame Art und Weise verbunden. Ihr seid nicht wie die anderen Leute auf der Welt hier. Selbst die Sith verstehen mein Volk nicht. Die Sith versuchten meine Loyalität mit Credits zu erkaufen. Als ob Reichtum eine brennende Blutgier stillen könnte. Sie hätten besser eine Nechani für die Botendienste angeheuert, auf die sie mich geschickt haben. Was war denn euer Auftrag für die Sith? Ihr Auftrag war gut bezahlt, aber langweilig und unter meiner Würde. Und erteilte mir den Auftrag, die jungen Selkath zur Sith-Botschaft zu locken. Das war alles. Ich log, ich drohte, ich versprach. Und ich brachte die vielversprechendsten jungen Fischleute zu den Sith. Und was dann? Was passierte mit den Jugendlichen? Und dort verließ ich sie. Welchen Zweck die Sith mit ihnen verfolgen, weiß ich nicht. Vielleicht werden die Sith kommen, um sich an mir zu rächen, wenn sie erfahren, dass ich ihr Geheimnis verraten habe. Ich würde die Abwechslung willkommen heißen. Wollt ihr noch mehr von mir wissen, Mensch? Ähm. Eigentlich nicht. Tschüss. Ich bin nicht überrascht. Es gibt nur wenige Wesen auf dieser Wasserwelt, die sich in meiner Gegenwart wohlfühlen. Okay. In die Sith-Basis. Da waren wir ja schon. Ach, so viele Missionen. Warum rekrutieren die Söldner? Warum empführen die junge Selkath? Den Gefangenen befreien? Rausfinden, wo das Sterntor ist? Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wo wir aufhören sollen. Wo das alles hinführen soll. Und wo ist überhaupt hier... Ach, ich weiß schon wieder. Wo ist überhaupt der Ausgang aus diesem Bereich? Hallo, Eluora. Westlicher Innenhof. Ah, ja. Hier waren wir schon mal. Das ist gut. Ich brauche diesen einen Siebpferdchen-Kerl, glaube ich, nochmal. Der so komisch war beim letzten Mal. Ich glaube, das ist... Oder? Mit dem sollen wir über irgendwas reden. Oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich kenne mich nicht mehr aus. Wo geht es denn da lang? Östliches Zentrum. Dann gehe ich mal da hin. Ich soll mit irgendwem, irgendwo, über irgendwas reden, wegen irgendwem. Ah, ja. Jetzt mit ihm vielleicht. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Hulas. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ähm... Vielleicht ist er doch nicht der Richtige. Was wisst ihr über die Selka? Ich kann mich dran. Ich bin mir aber nicht. Ich kann mich nicht mehr aus. Ich bin mir nicht mehr aus. Ich kann mich nicht mehr aus. Ich kann mich nicht mehr aus. Tut sich auch gut dran. Ja, ich glaube, der kann mir nicht wirklich irgendwie helfen. Ich glaube, ich habe mich... Das ist eine Verwechslung. Ich würde jetzt gerne noch mal zurück in die... In die... In die... Botschaft von unserer Republik. Ich weiß auch gar nicht, wie wir da hinkommen. Ein riesen Labyrinth. Ah! Ich bin in der Botschaft! Awesome! Oder? Nee, warte mal. Doch! Nein! Moment! Doch! Wo ist denn der gefangene Sith hin? Wo ist der Botschafter? Habe ich ihn verpasst? Ah ja, tatsächlich. Hallo. Habt ihr die Daten unseres Droiden aus der Sith-Basis geholt? Selbstverständlich! Ausgezeichnet! Und noch dazu völlig intakt! Die Sith konnten unsere Codes also noch nicht entschlüsseln. Und jetzt zu eurem Anliegen. Ich darf eigentlich nicht darüber reden. Aber da ihr ein Jedi seid und wir alle anderen Möglichkeiten bereits ausgeschöpft haben, muss ich euch wohl vertrauen. Wie ihr wisst, kämpft die Republik gegen die Sith um das nackte Überleben. Und ihr wisst auch, dass wir diesen Krieg wahrscheinlich verlieren werden. Aber mit dem nötigen Material und Hilfsgütern können wir das Blatt vielleicht wenden. Nur auf Mannahan gibt es riesige Koltovorkommen. Und Kolto ist die stärkste medizinische Substanz der Galaxis. Offen gesagt brauchen wir jede Menge davon. Ja, das weiß ich. Und jetzt? Was geht jetzt weiter? Was hat die Republik getan? Die konservativen Selkath fordern die Gleichberechtigung der Sith und der Republik. Das gilt selbstverständlich auch für die Koltoexporte. Aber die aufgeschlosseneren Selkath haben erkannt, dass ein Sieg der Sith für die Galaxis verheerende Folgen hätte. In diesem Fall könnte sie niemand daran hindern, auch Mannaahan zu unterwerfen. Also haben wir uns geeinigt? Äh... was... was... wie geeinigt? Wir haben vor einiger Zeit mit dem Bau einer geheimen unterirdischen Kolto-Raffinerie begonnen. Außerdem arbeiten wir momentan an einem synthetischen Ersatzstoff. Bis wir Kolto synthetisieren können, sind wir auf die Mine angewiesen. Niemand wird merken, welche Mengen wir fördern, da ein Großteil des Koltos ohnehin nie die Oberfläche erreicht. Kurz vor der Fertigstellung der Basis stießen wir auf ein Hindernis. Ein uraltes Gebäude oder ein Artefakt. Möglicherweise ist das eure Sternenkarte. Kurz darauf ist der Kontakt zur Basis plötzlich abgebrochen. Seitdem haben wir nichts mehr von der Station gehört. Aha. Und warum habt ihr die Angelegenheit nicht untersucht? Ihr habt sicher bemerkt, dass wir momentan relativ viele Söldner rekrutieren. Offiziell werden sie an die Front verlegt, um dort gegen die Sith zu kämpfen. Das ist allerdings nicht ganz richtig. Als der Kontakt zur Station am Rekker Driff abgebrochen ist, haben unsere Soldaten vor Ort Nachforschungen angestellt. Keiner von ihnen ist zurückgekehrt. Wir haben schon Söldner-Trupps runtergeschickt. Tja, aber bis jetzt ist keiner der Männer zurückgekehrt. Deshalb haben wir es mit dem Amphibien-Droiden versucht. Darum brauchen wir dringend diese Daten. Wir müssen wissen, was am Rekker Driff passiert ist. Aber nun, da wir die Daten wieder haben, droht uns von den Sith keine Gefahr mehr. Ich denke, ich muss jetzt meinen Teil der Abmachung erfüllen. Wie komme ich da hin? Ich war so frei, ein U-Boot für euch vorzubereiten. Mit dieser Karte kommt ihr in den Raum hinter der Kolto-Verpackungsanlage. Dort wartet das U-Boot auf euch. Es bringt euch automatisch hinunter zur Basis. Natürlich kommt ihr mit dem Boot auch sicher an die Oberfläche zurück. Ich würde euch ja gerne ein paar Soldaten mitgeben. Aber wir haben schon zu viele Männer verloren. Und Söldner gibt es hier auch kaum noch. Unsere Soldaten haben schon Probleme, unsere Basis zu sichern. Außerdem lassen sich die meisten Söldner von den Sith bezahlen, damit sie nicht für uns arbeiten. Bitte findet heraus, was in der Raffinerie passiert ist. Vielleicht gibt es Überlebende. Sucht nach dem wissenschaftlichen Leiter. Kono Nola. Viel Glück, mein Freund. Kono Nolo Nolo Nolo. Okay. Wo muss ich hin? Eingeschränkter Zugang. Jetzt habe ich eine Sicherheitskarte. Vielleicht meint er das. Ja. U-Boot. Cool. Rein mit uns in die gute Stube. Kommst du zur Forschungsstation. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier kurz Pause. Und die nächste Folge kommt dann, so schnell es geht. Und dann lüften wir das Mysterium der angegriffenen Unterwasser Basis. Deine Raj ja immer wieder alle Schiosityere. Vielen Dank.